Hoffnungsträger der Zukunft Hoffnungsträger der Zukunft Dies umfasst nicht nur unsere diesjährigen Preisträger, sondern auch die Materialien, an denen Herr Professor Michael Saliba forscht. Er untersucht eine neue Klasse von Materialien, die äußerst vielversprechend für die Anwendung in Solarzellen und Detektoren sind. Diese Peruskittel gelten in der Tat als die Solarzellen der Zukunft. Nach ersten Tests vor nur gut zehn Jahren erreichen die Peruskit-Solarzellen nun bereits Wirkungsgrade, die an die besten Siliziumzellen herankommen. Zudem können die Peruskittel in Form von dünnen Schichten wunderbar mit darunterliegendem Silizium kombiniert werden. Dadurch sind besonders effiziente Tandem-Solarzellen möglich, die günstig Solarstrom erzeugen und in idealer Weise zu einem wirtschaftlichen Ausbau der Energiegewinnung aus nicht fossilen Quellen beitragen können. Man kann sich nun fragen, warum wir Peruskit-Solarzellen nicht bereits im großen Maßstab einsetzen. Nun sind diese Zellen zwar sehr effizient und kostengünstig herstellbar, allerdings kaperte es mit der Stabilität und der Langlebigkeit. Hier gelangt Herrn Saliba ein entscheidender Durchbruch, indem er auf Hitze und Feuchtigkeit anfällige organische Komponenten durch anorganische Elemente ersetzt hat. Durch diese innovative Synthese können reproduzierbar außergewöhnlich effiziente und stabile Peruskittel hergestellt werden, die mittlerweile zum Standard in der Peruskit-basierten Solarzellenforschung geworden sind. Die Forschung an Peruskitten beschäftigt Herrn Saliba schon seit seiner Promotionszeit. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Cornell University hat er 2014 an der University of Oxford mit einer Arbeit über Peruskit-Solarzellen zum Dr. Phil promoviert. Nach seiner Postdoktorandenzeit an der Stanford University, als Marie Curie Fellow an der EPFL in Lausanne, sowie als Gruppenleiter an der Universität Fribourg hat er seit 2019 eine Professur an der TU Darmstadt. Parallel dazu leitete er eine Helmholtz-Nachwuchsgruppe am Forschungszentrum Hülich. Auf dem Weg dorthin hat er nebenbei noch zwei Rufe auf Tenure-Track-Professuren in Singapur und Finnland abgelehnt. Von seinen vielen Ehrungen und Auszeichnungen seien hier nur folgende erwähnt. Herr Saliba wurde 2016 vom Deutschen Hochschulverband zum Nachwuchswissenschaftler des Jahres gewählt, wurde vom MIT Technology Review auf die weltweite Liste der Top 35 Innovatoren unter 35 gesetzt und gehört seit 2018 zu den 1% best zitierten Wissenschaftlern laut Thomson Reuter. Weiterhin hat er sowohl für seine Diplom- als auch für seine Doktorarbeit Exzellenzpreise einer aramäischen Studentenorganisation gewonnen. Auch im Debattieren kann ihm so schnell niemand etwas vormachen. So gewann er die Debattierliga Europa sowie drei von der Wochenzeitung die zeitausgerichtete Zeitdebatten. Auch in Zukunft wird Herr Saliba intensiv an den Peroskit-Materialien forschen. So wird er dazu beitragen, diese Materialien grundsätzlich besser zu verstehen und die Umsetzung in kommerzieller Anwendungen mit voranzutreiben. Eine von den jüngst entdeckten Eigenschaften der Peroskite ist, Röntgenstrahl in Licht umzuwandeln. Dies ermöglicht die Möglichkeit, diese Materialien als nächste Generation von Röntgendirektoren in der medizinischen Diagnostik einzusetzen. Somit leistet Herr Saliba nicht nur wesentliche Beiträge in der Energieforschung, sondern auch im Bereich Medizin. Die DFG verleiht Herrn Prof. Michael Saliba den Hans-Meier-Lattnitzpreis 2020 für seine herausragenden experimentellen Arbeiten an Materialien für die Photovoltaik. Dazu herzlichen Glückwunsch!